Willkommen in meinem Bettchen und willkommen im neuen Jahr. Bislang fühlt es sich 2022 ja genauso an wie 2021. Bloß, dass wir im alten Jahr noch die Hoffnung auf das Neue hatten. Und die haben wir jetzt nicht mehr, weil 2023 einfach noch zu lange hin ist. Ja, bei mir hat sich auch nicht viel geändert. Alle reden von der Impfpflicht, ich sehe mich eher weiter in der Schimpfpflicht. Auf der positiven Seite steht, wir haben einen neuen beliebtesten deutschen Politiker. Und das ist Karl Lauterbach, der Talkshow-Master aller Klassen. Karl der Große war gestern, jetzt gibt es Karl den Größten. Ich gönne es ihm von Herzen. Der pfiffige Herr Lauterbach gibt uns das, was wir jetzt am dringendsten brauchen. Jeden Tag ein bisschen Gänsehaut. Impfpflicht, her damit. Mit Restaurantbesuche nur noch für Geboosterte und morgen dann wahrscheinlich Maskenpflicht beim Mittagsschlaf. Ob er damit vielleicht manchmal sogar ein bisschen Recht hat, das weiß ja keiner, keine Ahnung. Gut möglich bei dem chronischen Chaos, was wir bei den Zahlen der Geimpften, der Hospitalisierten und der Intensivpatienten haben. Also sag mal so, gesundheitspolitisch sind wir ein Land im Blindflug und Karl, der Pilot, hat ADHS. Sein Vorgänger Spahn hatte dafür die Schlafkrankheit, das war ja nun auch nicht besser. Hat regelmäßig seinen Job verpennt. Aber ich reg mich da nicht mehr auf. Hör auf, Simone, reg dich nicht auf. Es lohnt sich nicht. Man kann sich das eigentlich nur noch angucken wie eine schwarze Komödie. Oh, Quatsch, blödes Bild, stimmt nicht. Die Komödie, die gerade läuft, ist ja nicht schwarz, sondern rot, gelb, grün. Und falls Sie sich wundern, wie man es als Karl Lauterbach zum beliebtesten deutschen Politiker bringen kann, schauen Sie, die mit Abstand beliebteste deutsche Popband aller Zeiten war Modern Talking, das musikalische Omikron. Bloß, dass es gegen Sherry Sherry Lady keinen Impfstoff gab, da konnte man sich als Gegenmittel nur heißes Blei in die Ohren gießen. Und was lernen wir daraus? Der Deutsche lässt es sich gern hart besorgen, denn er liebt seinen Schmerz. Und darum ist Karl Lauterbach auch voll verdient unser Bohlen von Berlin, den wir verdienen. Glückwunsch dazu. Wer mir aber inzwischen auch schon sehr ans Herz gewachsen ist, unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der Lächler. Ist Ihnen auch aufgefallen, oder? Wie der auf Interviewfragen antwortet? Genial. Großartig. Er beantwortet nämlich grundsätzlich keine Fragen. Der quatscht eiskalt das, was er gerade lieber sagen möchte. Egal, ob es auch nur ansatzweise irgendwas mit der Frage zu tun hat. Es erinnert mich, ein bisschen erinnert er mich an den Hund von meiner Freundin Silke, der Benno. So, nee, sorry, das ist der Sohn. Der Hund heißt Falco. Die haben aber was gemeinsam, der Sohn und der Hund? Bei beiden weiß man nicht ganz sicher, wer der Papa ist. Ach, das war jetzt frech. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte. Die Silke, die fragt ihren Falco ja immer, ja wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er mein Großer? Aber der Falco, der hat er diese Frage noch nie beantwortet. Der wedelt immer nur mit dem Schwanz. Genau wie Olaf Scholz. Nur, nee, dass der immer so beseelt lächelt, der lächelt ja nur anstatt mit dem Schwanz zu wedeln. Und das spricht für seine guten Manieren. Wenn der anfängt zu reden, andererseits überkommt mich ja immer dieser Sekundenschlaf. Da wäre Schwanzwedeln auf jeden Fall unterhaltsamer. Lieber Kanzler Scholz, trauen Sie sich doch einfach mal. Wer nichts zu sagen hat, sollte wenigstens was für die gute Stimmung tun. Aber gut, vorbei kommt die schönste Nachricht von allen. Wir bekommen endlich einen neuen Bundespräsidenten. Und den Namen kann man sich leicht merken. Der Mann heißt ja zufälligerweise genauso wie sein Vorgänger. Frank-Walter Steinmeier. Einer der besten Grüßonkel der Welt. Ein Mann, der Weisheiten von sich gibt, die man sonst nur in chinesischen Glückskeksen findet. Immer ein Genuss. Kein Wunder, dass die gesamte Ampel auf ihn abfährt. Die Grünen unterstützen Steinmeier. Die FDP auch und sogar die CDU. Die stellen nicht mal einen Gegenkandidaten auf. Zu Recht. Mehr als einen Pappkameraden braucht ja nun auch kein Mensch. Eine demokratische Wahl mit einem Kandidaten. Also das spart auch sehr viel Streit. Darum haben wir das damals in der DDR ja auch so gemacht. Und da war immer Harmonie. Ist eigentlich schade, dass Honecker das nicht mehr miterleben darf. Gorbatschow hat ihn ja noch beschimpft und gesagt, Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Also von wegen zu spät. Honecker war doch in Wahrheit seiner Zeit voraus. Ein Visionär. Steinmeiers Wahl steht ja aber auch sonst für eine tiefgreifende Erneuerung. Sie erinnern sich, als die CDU neulich Friedrich Merz schon mal zum Vorsitzenden vorgewählt hat. Was war da für ein Aufruhr unter dem politisch Bewegten? Also wie kann man denn das? Merz ist 66. Das ist ein alter Mann. Also das ist doch kein Aufbruch für die Jugend. Typisch CDU-Pfohl-Teufel. Zum Glück gibt es ja die SPD und die Grünen. Auf der einen Seite Fritze Merz 66, auf der anderen Jungkanzler Olaf Scholz Zarte 63 und der Newcomer Frank-Walter Steinmeier, der ist gerade mal 66. Vollen Support von den Grünen und ihrem dynamischen Nachwuchstalent Winfried de Kitt-Kretschmann, Blutjunge 73. Und natürlich von der neuen Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die setzt das deutlichste Zeichen für die Jugend. Während Friedrich Merz, ich erwähnte es ja, schon 66 Jahre zählt, ist Frau Roth erst 66. Danke für dieses Zeichen, Rot und Grün. Und merkt euch, liebe CDUler, wer auf Dinosaurier wie Merz setzt, dem ist nicht mehr zu helfen. Ach Kinder, ich spüre aber inzwischen jedes meiner 39 Jahre und hole mir jetzt schnell noch ein Mützchen Schlaf. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen und sage bis dahin herzlich, gute Nacht, Deutschland.